6. Oktober 2006, Herz-Jesu-Freitag Jesus Ich will Barmherzigkeit nicht Opfer. Kommt zu mir, damit ich euch an mein heiligstes Herz rücken kann. Bringt eure Sorgen und eure Beschwerlichkeiten zu mir und vertraut alles meinem liebenden, barmherzigen Herzen an. Ich bringe euch stets verständnisvolle Liebe entgegen, denn ich will mich eurer und aller Menschen erbarmen. Bringt in euren Gebeten eure Lieben und diejenigen zu mir, die noch nicht den Weg des Glaubens gehen wollen. Bringt in euren Gebeten vor allem die Sünder zu mir. Betet, dass durch das Ausströmen meiner Barmherzigkeit die Sünder und alle Seelen in eurer Heimat und auf der ganzen Welt gerettet werden. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Amen. Vielen Dank.